Der demografische Wandel, also dass die Gesellschaft immer älter wird, wird oft als Schreckgespenst dargestellt, das drohend über uns schwebt. Dabei ist es doch grundsätzlich mal etwas Positives, wenn wir immer älter werden. Es ist nur wichtig, dass wir darauf reagieren, im Bereich der Pflege, der Mobilität für die Senioren oder auch altes gerechtes Wohnen. Genauso wichtig ist es aber, dass wir in diesem Bemühen um die Senioren die Jugendarbeit nicht vernachlässigen. Und wenn es uns gelingt, beides in einen guten Ausgleich zueinander zu bringen, dann, davon bin ich überzeugt, muss kein Jugendlicher Angst haben vor dem demografischen Wandel.